Lucifer ist da mit Mered vom Trigon Film und wir wollen gerne hören warum Trigon hat sich entschieden für God Exists, Herr Neemis Petronia. Ja danke für das Gespräch. Wir haben den Film in Berlin an der Berlinalle zum ersten Mal gesehen, wo er in Wettbewerb lief. Wir haben vorher noch nicht viel vom Film gehört und waren total begeistert gleich von Anfang an. Wir wollten den Film sofort haben, weil einerseits passt er geografisch natürlich in unsere Auswahl. Wir bringen viele Filme auch aus Osteuropa ins Kino und andererseits das Thema ist top aktuell. Hier in der Schweiz ist ja auch der Frauenstreik in der Vorbereitung. Das Thema Feminismus und Gleichberechtigung und die Frauenfragen sind in allem Munde und dieser Film bringt einfach auf den Punkt die ganze Problematik, wie das gesellschaftlich noch verankert ist. Vielerorts, Mazedonien ist natürlich ein anderer Fall als die Schweiz, aber es gibt auch hier viele Situationen, wo man sich gar nicht hinterfragt, weshalb denn eigentlich Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie Männer. Und ja der Film ist natürlich herrlich, auch sarkastisch, eine schöne Satire und gleichzeitig natürlich auch sehr ernst, oder? Es ist eigentlich nicht nur lustig, was der Film uns erzählt. Und dieses schöne Spiel hat uns überzeugt und wir finden es wichtig, solche Thematiken, die halt global sind, aber auch lokal verankert sind, auch hier in der Schweiz dem Publikum zugänglich zu machen. Vielen Dank!